Der Witz geht so, dass ein Mann auf seinem Balkon, der jätet so in seinen Blumentöpfen rum, ja, und sieht dann auf ihm mal so eine kleine Schnecke. Nimmt die Schnecke und schmeißt sie vom fünften Stock runter in den Hof. Zwei Jahre später klingelt das an der Tür. Die Schnecke. Sohnhals. Sag mal, was war denn das eben?